Ausmachen, weil das wäre dann die ganze Zeit, musste ich dann ausmachen, das wäre dann blöd. Oder du könntest mir ne Spitzhacke geben, dann mach ich das ganze Ding hier ins Tiefe. Ne Spitzhacke? Jo. Ja, komm her. Komm, wir nehmen her raus. Slash Home. Achso. Da hast du. Warte, Level 100, bist du denn ganz nicht? Mach ich schon die ganze Zeit. Weil eigentlich immer nur Level 5 machen, aber es ist genauso. Wenn dann schon richtig, ne? Ja, ist ja jetzt egal. Also, ich glaube, da ist sowieso kein Unterschied zwischen 100 und... Doch, doch. Schon ein Unterschied? Bei Grasblöcken möchtest du es aber nur bei normaler Erde. Okay, also... Äh, du könntest mir gleich noch eine geben. Ja, hab ich. Ich brauch erst mal Eisen. Ja, hier ist Eisen. Boah, geht das schnell kaputt. Und schon, jetzt ist er weg. Das ist, ja, ja. Meine Güte. Der war schon meine normale Spitzhacke weg. Oder meine zwei normalen. Das ist einfach nur der Hammer. Was man hier so alles machen kann mit. Ja, mach nur lieber deine Erde. Oder schmeiße mir her. Was denn du da? Ich will's bloß hier über die Mauer. Nur eine? Ne. Ich mach einfach noch Haltbarkeit drauf. Ne, ne, wir machen das nicht. Das ist wirklich jetzt. Nein, das ist ja wie ein Zeitraffer eigentlich hier. Ne? Ja. Ist den geheimen Turbo-Knopf hier gedrückt. Ja, das ist jetzt mal wirklich ein geheimen Turbo-Knopf. Also der wirklich echt geheimen Turbo-Knopf. Ich hab die Schaufel wieder nicht ins Inventar gelegt, an Läder die nicht nach. Da haben wir schon wieder keine gleich. Oh, das hab ich ähre kaputt gemacht. Das war schon so weg. Ich springt hier gerade einfach nur durch. Brrrrttt. Oh man, ja. Ich will erstmal das ganze Ding hier aufsammeln, sonst ist es weg. Oh, ne, das will ich ja nicht setzen. Da kann es ja noch Eisen nehmen. Da ist ja auch noch Eisen. Ich weiß nicht, wie viel Eisen hier ist. Jetzt geht's wieder normal, jetzt ist der Turbo-Knopf wieder abgeschaltet. Oh, da sind noch Löcher. Ich weiß nicht. Kuss noch welche? Ja, eine reicht. Ich hab keine. Ich hab noch eine. Jetzt schmeiß her. Wohin? ich stehe auch einfach hier durch und dann schmeiße er so viel oder macht doch selber so er will sich das ob der schaffende Städte kann das nicht er hat so jetzt habe ich das erste mal gescheatet Oder besser wird, weil es beschleunigt. Ich hätte jetzt hier vielleicht eine halbe Stunde roh gemacht oder 15 Minuten und jetzt habe ich es sofort fertig. Ich müsste aber was essen, aber nichts mehr. Oh Mann, ey. Oh, nur noch eine Reihe. Okay. Ich vereinfache mir das hier mal. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Fledermaus. So. Eine Fledder. Jep. Da muss ich nochmal zwei drauf machen. Oh, ne, jetzt hält die Schaufel nicht. Ich kriege einen Vogel. Wie? Die Schaufel hat nicht gehalten. Egal, nehme ich die Axt hier. Ich habe meine Spitzhacke gehalten. Ja, hier brauche ich mal Spitzhacke. Warte, 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 warte. Wo bist du? Ach so, war falsch. Warte. Ja. Ja, dann komm mal her. Ich bin hier. Treibt das ich denn wieder rum? Danke. Ich weiß, ich flieg hier rum. Das ist voll Cheating, ey. Wir werden später eh noch fliegen müssen. Ja, ganz am Schluss. Für die Feinheiten noch. Fürs Dach weiß ich schon gar nicht. Aber ich denke auch. Oh, da müssen wir nämlich Erdetürme machen. Das ist wie blöd. Dann machen wir lieber fliegen. So. Hier ist es gerade noch weg. Oh, ich habe noch ein Holzmeer, yay. Das kommt doch mal hier dran, so. Ich bin schon wieder erdevoll. Leck mich doch am Arsch. Ich bin schon wieder erdevoll. Ja, ich bin schon wieder erdevoll. Ja, ich bin schon wieder voll, Alain. Ja, dann mach halt noch ne neue Kisse. Mach halt einfach Kissen. Wir haben aber kein Holz. Dann musst du halt anderes Holz nehmen. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Mach ja dann. Hier liegt doch noch rum, ne? Ne, die habe ich im Inventar. Ne, hier liegt noch rum. Ja, ich weiß. Was? Ja, hier müsste eigentlich das Stein weg. Egal. Was? Muss weg? Ja, die Steinwand hier muss weg. Was? Fast nicht. Fast nicht. Ja, komm. Was ist hier eigentlich so ein Loch. mehrmals kann alle draus gerissen werdet es ihm ist aber nicht aber keine Spitzacke wo was denn hier ab wie von hier bis da drüben einfach nochmal wegmachen ist die Wand hier ja von hier bis dahinten zu wo der andere Wand anfängt die Götter das was er ist nix stimmig schwebte wenn er es sollte ich den Park eilig der jubil ist es los mit ihr ja aber selber hier oben schieden er ja muss aber zeigen was du da machst da hat man auch zu schädigen die Städte die Perra war ich war es selber hat aber es ist ja gut weil ich muss das ist wenn wir schon so rum machen kann ich das auch ich bin schon so gut älter 50 zu sagen nö so ist fertig wie ist fertig jetzt fertig er war es das ist fertig jetzt wird die warte ist weg es ist gut so ja ich hab kein Eisen macht nix ist weg äh wo ist das Eisner hier alter ist das krass hier ja ja äh wo hab ich das jetzt hingeschaut ach nur jetzt hab ich in die Kiste getan aaa alter ich schweiß dich weg denn hier immer dass er zweifelt wird ich gebe mir morgen Geld kaufen ich mache das ich krieg so ein Vogel ja okay dann es wird jetzt aber egal Prozent ja das muss jetzt noch alles ein tiefer kommen kommen das muss ein Ziel gefahren das ist alles hier Prozent 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 so wo ich stehe auch ja alles also dann warte kriegiert sich jemand Spitzhacke ja mach dir eine Warte ja warte egal ich krieg nicht jemand Spitzhacke ich mach auch Haltbarkeit drauf Spitzhacke? Ne Spitzhacke da ist doch nur Schaufel Erde dann hau ich auch nur Ding drauf da ist nur ja nur Erde ist da nur Erde ist da obwohl ne warte mach ich nicht uuuaah äh ja hier auf einen ein 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 Diamant dann schwebt da rum da mache ich aber keine Haltbarkeit weil das wäre dann wieder cheat nur erde ist darum liegen tut also jedenfalls das größte teil ist hier nur Erde ich bin im Fly-Modus ich weiß ich bin die Schnee-Odoom das ist ein Busch-Kosla-Fly hm was ja wie mache ich das jetzt hier ja scheiße so geht es natürlich auch ja auch auf mich zu verarschen was denn ich sag nur noch so geht es doch auch nein so geht das nicht ja doch musst du nur schreiben dann geht das nein ja doch was denn was denn los ich mach das jetzt mit der hier ich weiß es geht es schon ja kaputt aber dann ist es wenigstens weg ja ne ist egal dauerlich das lag ja du hast gerade eine das ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja du fliegst darum wenn ich hier schweiß ja ja es muss ja das Video muss ja schön aussehen ja wenn man da durch er sieht schön aus guck mal ich renne durch und baue gleichzeitig zwei Reihen ab ja sieht man scheiße ich bleibe immer hängen ok jetzt aber ich hab' von an ein was kommt jetzt fährt ne Musik ja jetzt hier woop die wolle weg erst da hier ist noch was deutschland ist mit der Schlitzhacke nicht gut und schon wieder erst du bist halt schneller als ich ich bin einfach zu gut so das war's mehr ist nicht was machen wir jetzt die nächsten drei Stunden äh nichts wir machen jetzt noch fünf Minuten irgend so'n Scheiß gesprengt Welt noch mal in die Luft das griech jetzt glatt als ein stein genommen davon ist ein Ausgang da will ich durchgehen da will ich durchgehen wir kommen wie das aussieht das geht auch mal her um müssen hier jetzt erde Ruhr der Typ läuft aber nicht um er ist voll mit Essen wenn wir kommen sie sind die Wand zieht aus wie Käsekuchen da ich hab schon lange nicht mehr Käsekuchen gesagt das sieht gut aus ja es sieht gut aus alles sieht scheiß aus du sag auch was ich auch Frechheit so dafür baue ich mir jetzt eine Diamantspitzhacke ich bin Tja mit Diamanten mit Diamanten und wie sonst ja was für die Diamanten ja die Diamanten die ich gehabt ja was hast du da Diamanten was für Diamanten ja die wo man halt hat's was sind für welche ja meine ja wohl nicht was ist das für die Frage ey was für Diamanten wir haben meine nicht wenn wir auch wichtig sind und immer ein sehr Mann aus der Nette ich bin ich bin woher weil sie meine Änderung ist drin sind und vielleicht ob ich die ob geworden sind ja und das ist halt abgebaut da hab ich die echt abgebaut du bist doch jetzt ne jetzt wirklich jetzt ey dann bau dich wieder hin aber ja dann kannst du dir so jetzt auch schieden weil eigentlich darfst du die nicht abbauen ich hab dir aber abgebaut na toll ist ja ja nichts passiert weil ja ja wenn das hilft hat was dann normalerweise ja ja also doch ich schätze wieder hin also ich bin ich bin ich bin ich bin ich jetzt hier gleich alles glaubt was man es sagt natürlich muss man doch sofort man muss immer alles sofort glauben also was total unlogisch ist ich bin nämlich doch total unlogisch ja du kannst es ja du hast sie abgebaut nur man weiß ja nicht mehr was und das weiß ich ja nicht auch ich hab sie ja gar nicht abgebaut ich hab das einfach nur gesagt so ja dann um dich zu ärgern dann ja wie vorhin wo du gesagt hast das sind Türen und ich hab gesagt das sind keine Türen ja das ist einfach hingestellt dass gesagt da sind gar keine ja genau ja obwohl ja auch keine Bord aber das ist das war halt nicht so dann hast du bei meinen ganzen Videos zu Raum runter gegeben genau ja so schnell in zwei Minuten genau ja ich hab keinen Bock mehr wie du hast keinen Bock mehr ich kündige jetzt ich mach das hier noch fertig dann kann man aufhören Scheiße ne okay doch hierher gehen heute weg weil das war die Baustellen irgendjemand anders da bauen wer Lust hat deine Abonnenten machen ja können wir machen wenn ihr Lust habt das Server läuft also können da drauf ja wenn ihr wisst wo dann die CC ist eh scheiße ja ja also wenn ihr wisst wenn ihr die IP wisst könnt ihr drauf kommen wenn nicht dann halt nicht nur hier ist nix ja ja die sind die eigentlich versteckt ja hier hab ich versteckt ich war noch nie aus dem Server draußen wenn man reinkommt sieht man sie nicht wenn dann sieht man versteckt ja das ist ja nice na gut vielleicht könnte ich für eine Millisekunde die einblenden dann sieht es keiner genau jetzt äh die IP ist Käsekuchen LP 2 2 Punkt kommen Punkt nur minus IP.org achso ne hab ich jetzt nicht bewusst steht der mit .com geschrieben aber ne lass doch noch was zu essen nicht verwungere ich könnt ihr die IP auch schreiben warte ich schreib die IP ich verwungere gerade ne macht nix n so das ist die IP da können da drauf auf dem Server aber nur jetzt aber nur jetzt genau jetzt wenn ihr das Video solltet ihr seht genau der erste zwölfte um 4 und 22 ja mittags mittags genau weil wir haben ja ein Leben und schlafen nachts genau wie immer ist halt so und immer öfter ja nur noch ein Essen dann wird er sich mehr was ich hab ich hab nur noch ein Essen hat der grad gesagt ich glaub's nicht wo ist denn der überhaupt ich baue hier meine Säulen ich sehe gar keine Säulen ne ne er hat gar kein Essen ey ne 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 nicht ein black ne he nämlich hm für Hülais ACC am dem Du sollst ja nur weggehen, du sollst ja nicht komplett weggehen. So, jetzt habe ich zwei glatte Sandsteine und es ist zu viel. Was mache ich damit? Verbrennen. Erstmal hier zu machen, damit es wieder gut ausgeht. Zahre. Brenn. Jetzt hier rein, damit keiner andere die nimmt. Ich sehe sie aber. Was war das? Ich brauche was zu essen, ich gebe mir was zu essen. Ich gebe mir was zu essen. Ich habe nur drei Herzen gleich. So, jetzt. Ich gebe mir was zu essen. Ich gebe mir was zu essen. Ich gebe mir was zu essen. Ich habe nur drei Herzen gleich. So, jetzt. Ich gebe mir was zu essen. Jetzt noch zwei. Wie weit runter geht das? Oh, oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie weit runter geht das? Wer bin es raus? Du müsstest gleich wissen. Ah, okay. Ein halbes Herz. Fertig. Ja, dann gebe ich mir mehr essen. Ich habe mit mehr. Ja, doch, du hast doch was in der Hand. Nee. Ach komm, dann geh ich halt nach Hause. Da mach hier, dir, nimm, nimm, nimm doch, nimm doch. Danke. Ich wünsche doch zwei Eier da. Kann man aber nicht essen. Da ist ein Huhn rausgekommen. So, jetzt auf den Huhn rum. Wozu kriegt man dann eigentlich Eier, wenn man eh nichts draus machen kann, dass doch Blut sind. Ein Huhn. Mir ist super, so habe ich es davon. Von dem Huhn kriegt man, äh, so war kein Platz. Wann mach mehr Platz? Warte mal, ich will hier mal was cooles zeigen, was man macht. Ich will deinen Scheiß. Nee, das noch wein, das da wein, das da wein, das da wein, da rein, da rein, da rein, rein, weg. So. Warte. Ähm. Ja, schön. Gut, und jetzt mach das Glas bitte kaputt und dass es verschwindet. Das war die falsche Bitssage. Ich hab keine. Du hast gesagt, ach komm. Ja, warum, man, warum setzt es da noch ein Glas hin? Warum hast du da überhaupt zwei Gängen gesetzt? Wird ihr ein Erdeblock und dann ein Glas. Krass. Du lässt es auch funktionieren. Echt? Ja. Nee. Du musst. Warte, ich wills wissen. Geh weg. Geht auch so. Frechheit. Das hab ich nicht gewusst. Ich mein, du hättest auch, wenn du es nicht wüsst, kennst du auch nen Erdeblock da eingesetzt und dann oben drauf gelast, aber egal. Hm. Das kann man auch hier viele Stunden auch noch machen. Ich muss erstmal gucken, ob hier noch... Okay, jetzt ist rot, jetzt machen wir Schluss. Ich mein, hier fest mal, das ist jetzt rot. Das ist rot. Das macht nix, so hab ich auch schon gehabt. Ich will aber nicht weiter aufnehmen. Ja, okay, dann machen wir jetzt aus. Warum ist hier ne Tür drin? Ich will nicht wissen. Ich will nicht wissen, warum deine Tür drin ist. Doch, ich weiß, warum deine Tür drin ist. Warum ist deine Tür drin? Weil du... Ähm... Wie heißt das? Ziegel, also... Ja, ja. Alter. Geh mir die auf den Zeiger. Was? Jetzt ist kaputt. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich... Keine Ahnung. Krieg's. Tür war da drückt. Ich hab die Tür weg. Hast du so ne Tür? Da... Ja. Okay, ich hab nämlich gerade auch ne Tür, die ist aber jetzt weg. Ah, ich schiech, ich kotze gleich, ey. Ich pass nicht gleich voll ab, ey. Ja, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Vielleicht ist das jetzt Ende einer Folge, vielleicht weiß ich nicht. Mitte einer Folge, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm... Ja, okay, dann. Tschüss. Äh... Ja. Tschüss. Türback. Türback? 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 Du was? Mit... mit Blick auf die Rose verabschieden wir und auf die Rose. So. Tschüss. Sagst du noch was? Tschüss. Tschüss. Kuchen. Ja. Okay, dann den Käse und Kuchen. Bis gleich.